Wirklich, Spendi ist jemand, der nimmt alles auf sich und ich glaube, der genießt es auch, weil Spendi vermisst wahrscheinlich die Zeit, als er doch viel mehr mit Latzo mit mir machen konnte. Sorry, dafür schon mal Spendi, Bro. Aber Spendi hat die Fahrt auf sich genommen, in der Nacht ist nach Hamburg gefahren, um beim Spiel gegen die Fußballmannschaft vom Gefängnis anzutreten. Wichtig schon mal vorab, logischerweise, die haben nur Heimspiele. Die können ja nicht auswärts spielen. Und da ist Spendi hingereist und das ist der Vlog dazu. Wir schauen mal rein. Ich habe auch schon ein paar Tweets gesehen, dass Trimax mehr Gangster ist, weil er mehr Zeit im Knast verbracht hat als 99% aller Deutschrapper. Okay, und ich glaube, mit der Devise geht es rein. Was geht ab, Leute? Und herzlich willkommen hier zu einem neuen Vlog hier wieder auf meinem Kanal. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg nach Hamburg, sitze hier, ja, gemütlich. Bro, er hat ein Mausbett dabei, als ob er jetzt in die Veloqueue geht im ICE. Gemütlich, denn morgen früh wird es wirklich sehr, 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 sehr spannend. Um 7.30 Uhr treten wir uns alle vor dem Gefängnis. Santa Fu, Max ist am Start, Niki ist am Start, Jofi ist am Start. Also, wenn es ist vor Harz, sagt, es wird wirklich sehr, sehr geil. Ich werde jetzt gleich noch ein bisschen schlafen. Um 2 Uhr bin ich dann in Hamburg. Ich bin wirklich gespannt. Also, falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, dann wird es allerhöchste Eisenbahn jetzt diesen Kanal zu abonnieren. Würde mich wirklich sehr, sehr, sehr freuen. Aktiviert die Glocke, damit ihr immer schön benachrichtigt werdet. Wenn ein neues Video online kommt, wie immer schaltet einen Kommentar von einem Rhythmus. Bro, Spendi, verkaufen Sie mir so ein bisschen wie eine Einkaufsliste. So, du brauchst noch 250 Gramm Mehl, eine Packung Nudeln, Penne. So, okay. Alles auf, das so. Okay, Leute, ich muss jetzt ein bisschen leiser reden. Da nehme ich die Leute hier alle zum Schlafen. Aber ich wollte nochmal ganz kurz... Das ist der Klasse, Bro. Dann müssen wir einen Razer sagen, denn Razer hat mir einen übertrieben geilen Laptop zugesendet. Und dadurch kann ich jetzt auch hier unterwegs Videos schneiden. Der Laptop hat ein 17,3 UHD, also 4K-Display mit 244 Hertz. Wenn man sieht es hier, 3080 Ti. Yo, Bro. Er hat in seinem Laptop eine bessere Grafikkarte drin als... I don't know. Er hat dieselbe Grafikkarte... Nee, warte mal. Er hat dieselbe Grafikkarte wie Isa. Einfach an dem Laptop. Und es erklärt auch, warum er ein f***ing Mauspad dabei hat. Brutal. Jetzt ist er da am Start. Unten in der Beschreibung befindet sich ein Link. Da könnt ihr draufklicken. Und da habt ihr eine riesen Auswahl an Laptops. Vielleicht ist er auch geiler für euch da am Start. Viel Spaß. Kuss. Und die will geht raus am Läser. Für den einen oder anderen sollte... Das ist eine Verlobte, ne? Also Juli-04. Du kannst froh sein, dass Schmenni nicht im Chat ist, Alter. Der würde auf deine Nachricht aber gar nicht mal eine Party schieben. Aber Jofi hat hier gerade gezeigt, dass hier was noch unterwegs war. Jofi, glaubst du, dass der in einer halben Stunde am Treffpunkt sein wird? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott. Der ist gerade gekommen und da hat sich gepennt. Er hat sich gefeiert. Für mich nicht. Moin, alles gut? Moin, alles gut? Ist das dumm. Man muss wirklich sagen, Max und sein Bruder. Also die Brüder Stemmlers, die sind einfach nicht feierbar. Ja, wirklich. Ja, klar. Hast du Bock? Ja, das ist sehr früh. Ich bin eigentlich... Ich hab Bock. Aber hast du den Vicky gesehen? Ja. Der ist richtig motiviert. Der kam direkt vom Kiez. Ja, das ist total. Ich sag ihm noch. Wir hatten gestern ein LMA-Launch-Event. Ich bin abgehauen nach zwei Drinks um null. So, jo, auf jeden Fall. Safe-Morgenspiel. So, ja, ja. Der kam direkt vom Kiez. Jungs! Seid ihr ready, Jungs? Okay, logisch. Man konnte irgendwie drinnen nicht filmen. Man konnte... Also, von drinnen gibt es kein Content. Aber es war irgendein Sender da. Irgendein Hamburger Fernsehsender. Alt eingesessen, staatlich. I don't know. Die haben da was gefilmt. Gewonnen, Max. Ich weiß es nicht. Wir haben einfach gewonnen. Die haben noch nie verloren. Also, die haben... Du hast das noch nie? Die haben schon... Die haben noch nie im Liga-Betrieb verloren. Ja. Überwie seit über fünf Jahren. Ehrlich, geil. Und jetzt nach Hause schlafen und dann später Teammates. Also, ihr habt es gehört. Die haben so lange nicht verloren. Dann war SSV Hardstuck da. Ja, Pipo SSV. Der SSV Hardstuck war da drin. Und wir gewinnen das Ding 2 zu 1, glaube ich. Es ist doch insane. Ziel ist nicht mehr, nicht abzusteigen oder letzter zu werden. Ziel ist jetzt der f***ing Aufstieg. Ich weiß nicht, wo wir tabellentechnisch sind. Ich habe keine Ahnung, was ich dafür eingeben müsste. Aber ich glaube, da ist auf jeden Fall viel drin. Wir sehen uns später bei Team Next. Hier sieht wieder jemand halbwegs lebendig aus. Du bist halt wirklich vom Kiez direkt zum Spielen. Das Geile ist, wir gehen jetzt mit T-Mates. Und von T-Mates geht es für dich wieder ab zum Back-to-Back. Back-to-Back. Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's hier? Alles gut, Bro? Ja, es war wirklich so schnell. Oh, Spendi, Alter. Mein Bruder. Ich glaube, sei ehrlich, wer gewinnt. Ich glaube, ihr habt ihr geglaubt. Ich glaube, ihr habt ihr... Also das Problem ist, du darfst Max nicht unterschätzen. Ich unterschätze nicht. Aber vielleicht überschätze ich mich. Wir sitzen jetzt hier. Spiel Nummer 2, Abkürzungen. Das wird jetzt so sehr nett. Spiel Nummer 2 nennt sich Abkürzungen. Das habe ich gesehen. Übel schwer das Spiel. SCV, GO, Straßenverkehrsordnung. Das Einzige, was ich kenne. Und LG, liebe Grüße. Hier am Pult. Also, bei dem Game wird Peter so dumme Antworten geben. Bitte, bitte. Wofür steht die Abkürzung MC? Mann. Minecraft. Ich find's aber auch krass. Ich sitze hier schon seit einer halben Stunde. Die sagen einfach nicht Hallo. Ich wollte ihn nicht stellen, weil er bekommen hat. Oh Gott. Bro, hat so ein... Bro, was? Er sitzt eine halbe Stunde da und sagt nicht Hallo. Bro, Spendi kommt gar nicht aus den Norden. Ah, guck mal, da drüben steht Spendi. Ja, okay, cool. Lass meine Teammates gucken. Oha, was ist das denn, Bro? Du bist einfach nur respektlos. Du hast keinen Respekt. Seit du reich bist, hast du keinen Respekt mehr. Breiten wir aus. Ich habe den jetzt gerade gemeint. Wieso kaufst du dir nicht einfach eine Kamera? Die Cam, ich glaube, mit Objektiv 3. Guck mal, man kann doch einfach... Man will ja den abgefuckten Locker vom Handy. Will man nicht. Ah, okay. Nein, will man nicht. Ich bin da Team Spendi. Ich finde, Vloggen mit einer Handy-Kamera ist... Das kann ich machen, wenn ich meinen Eltern zeige. Guck mal, ich war im Urlaub. Aber doch nicht, wenn ich YouTube-Videos mache. Wenigstens so eine ZV1, das ist doch kein Stress. Niki, ja? Wie viel der Flasche ist es heute bei dir? 3, 4. So eine Lüge. Auf dem Weg hierher hat der schon 4 Flaschen getrunken, oder nicht? Gestern Abend zählt nicht. Nein, 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 auf dem Weg hierher. Nicht gestern Abend. Komm, das zusammen rechnen und in die Kamera gucken. Und das ist unser Mittelstürmer. Oder ich hab doch gesagt, du enttäuscht mich mehr. Bei sportlichen Aktivitäten wirst du mich nicht enttäuschen, Bruder. Fußball niemals. Niemals mehr. Niemals. Wie ständig Wasser macht, wüsstest du, dass er das kann? Fricht, das ist Wohlfußball. Aber so gut. Das ist gut. Ihr solltet eigentlich noch mehr Punkte kriegen für deine Künste. Was du jedes Mal zischendurch machst. Alles, was ich nochmal rauskomme. Ey, geil, dass ihr da seid. Aber was jetzt noch geiler ist, dass du schwitzt und dein Sober Oktober jetzt schon beginnt. Ja, ey. Weil du trinkst nämlich nur Wasser und schwitzt. Das klingt Wasser. Der hätte dich tatsächlich einwendet. Was ist da drin? Was? Dass du einwendet. 10 von 10. Also hier mit Spaß als Kandidat. Grüße an Max und an Ma. Danke mal. Ey, danke auch, dass ich dabei sein darf. Sie stehen doch da vorne. Sag dir das doch ins Gesicht. Sie stehen da vorne. Sag dir das nicht ins Gesicht. Bro, ey, es ist wirklich... Jeder sagt das, aber Niki ist einfach Max. Es ist einfach eins zu eins dieselbe Person. Wenn Max krank ist, würde ich einfach Niki. Du hast den Colt, Bruder. Ja, ist er. Es ist was hier bei 11. Täuscht mich. Das hört jetzt wieder was. Trifft er? Come on. Erzähl ich nicht. Trifft er nicht? Trifft er? Nicht? Ups. Wie heißt der? Geil. Nee, nein. Aber echt geile Games. Ich fand, Abkürzungen haben vorher welche reingeschrieben. War easy. Bro, die hatten da Abkürzungen zum Teil. Ich habe noch nie in meinem Leben davon gehört. So MFG kriegt jeder. LG kriegt jeder. So SCVGO oder so. So Jugendschutzgesetz. Das hat Max doch gerade so richtig erraten. Habe ich noch nie gesehen als Abkürzungen. Ich fand, so einfach war das gar nicht. So, da waren doch Abkürzungen. Da wurden die ganze Zeit Abkürzungen geskippt. Und das Game ging nicht mal zu Ende, weil die die volle Punkte erreicht haben, sondern einfach, weil es keine Abkürzungen mehr gab. Wie viel Elan und Power ist eigentlich Max dabei. Junge, wie er schreit. JT. Ey, Jungs. Das ist nicht normal. Das Finale kommt doch jetzt noch. Alter, was? Er fährt einfach um ICE in der Nacht wieder zurück. Er sieht Finale nicht. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Video und Daumen nach oben da. Schreibt was in den Kommentaren. Für den Algorithmus würde mich wirklich sehr, sehr, sehr freuen. Teilt das Video mit eurer ganzen Familie. Ich würde an dieser Stelle einfach mal sagen, das war es dann mal wieder. Kuss auf die Nuss. Vielen Dank für den Support. Und wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Nächste Woche. Am Mittwoch. Kuss. Einsatz für die Community. Ja, bro. Ich weiß es nicht. Ja, okay. Ist fein. Ist fein. Ist fein. Grüße gehen raus. Ich grüße meine gesamte Fußballmannschaft. Jungs, gut kick in die Runde. Ich freue mich auf Oktober, auf unser erstes gemeinsames Spiel. Der Druck ist ein bisschen da, jetzt wo es um Aufstieg geht. Ich habe gedacht, die spielen wir so auf Spaß. Ich komme mal in der zweiten Hälfte für 10 Minuten. Kommt, Jungs. Gut kick. Bis zum nächsten Mal.